Was geht ab, Leute? Wir spielen heute Mario Kart mit einem kleinen Twist. Jedes Mal, wenn ich die mir getroffen werde von einer Shell, musste ich ein Schluck Bier trinken. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Man findet ja nicht heraus, wie wir das später durchgehalten haben. Jetzt viel Spaß mit dem Video. 150 CT schreiben alle, alles klar, Leute. Da machen wir 150 CT, eine Teams und Start Race, ready to rumble. 3, 2, 1, go. Wünschen mir Glück, Leute, wünschen mir Glück, man. Der Controller ist vielleicht besser. Gegen die Community, Leute. Gegen die Community. Geht los. Wichi. Mal ab hier. Ja, schau. Ich bin vierter Platz, Leute. Was denn? So, mach mal ab hier. Ich weiß halt nicht mal, wie man die Items direkt benutzt, ey. Oh, Junge. Nein, scheiße. Okay, da muss ich jetzt einen Schluck eben trinken. Dom hat mich getroffen. Scheiße, er hat zwei bekommen. Oh, Junge, wo zieh ich hin? Einmal nach hinten gegetet. Einmal nach hinten gegetet. Oh, wow. Und nie wieder vierter Platz. Ey, warum bin ich so schlecht? Ich weiß nicht, wenn man schneller fährt. Nein, Leute, scheiße. Wieder ein Schluck. Jedes Mal, wenn wir... Ey, 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 ey. Dom, hau mal ab hier. Ey, ey, ey. Er macht das extra. Wie fährt man schneller? Ich weiß halt echt nicht, wie man schneller fährt und die Items direkt nutzt. Tipping Piper Road, die vierter Platze. Ey, 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 er fährt besoffen. Er fährt einfach drunk. BTS. Oh, mein Gott, bin ich kacke. Kann man das mit zwei Kontrollerspieler, dann muss man mit einem. Also danach bist du dabei, Fall. Bei der Fahrzeuge, okay, okay. Ich bin rausgeflogen, echt. So, weil wir hier noch zu dritt sind. Können wir Friends sein? Gerne, gerne, gerne. Komm ran, Junge. Guckt euch mein Motorrad an. Jetzt wird rasiert, Leute. Jetzt wird rasiert. Ich spiele ich eins gegen eins. Viele Leute sind hier drin. Ah, nee, drei Leute. Ey, Lena, hau mal ab hier. Aber wenn ihr mitspielen wollt, ey, ey. Ich hab Bock, ey, das Spiel macht super gespart. Was denn? Yo. Das ist so super schwierig. Okay, Lena. Lisa, Lisa, vielen, vielen Dank für deinem Follow. Mann, ich hab gar keine Mauts, äh, der hat's grad auch. Vielen, vielen Dank für deinem Follow. Willkommen zu meiner kleinen Community. Wir spielen gerade nämlich. Äh, Malikat. Mit der Community. Nein. Nein, scheiße, ich muss noch eintrinken. Gerne, gerne, gerne. Wie geht's dir, Lisa? Okay, wir müssen ganz wahrscheinlich... Ich bin nicht gut, Leute. Ich bin echt nicht gut. Oh, nein. Das sind schon drei Schlücke, die wir trinken müssen. Aber an alle, die Freundescode grad reingeschickt haben. Leute, ich erde euch gleich alle. Und dann können alle, alle mitspielen. Rippke ist leider grad rausgeflogen. Und dann können wir mal gucken und sehen, wer so der beste Spieler von euch allen ist. Eieieieiei, ihr Parabas. Ey, ey, das ist hier. Weil, Lisa, du musst nämlich dazu... Ich muss dir sagen, weil jedes Mal, wenn wir getroffen werden, jedes Mal, wenn wir getroffen werden von einer Shell oder von einer Banane, müssen wir nämlich einen Schluck trinken. Und es ist... Alle sind halt gegen mich, gegen den Zwiebeln natürlich. Weil es halt lustig ist. Oh mein Gott, vier Stück noch. Ey, ey, du, hau mal ab hier. Hau mal ab hier. Ich hab das gesehen. Und wenn es euch gefällt, Leute, wenn es euch gefällt, dann können wir nämlich solche Community Games öfters machen, ne? Mario Party, Mario Kart, alles, was euer Herz so begehrt, ne? Roshi! 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 Über mich gejumpt! Er ist über mich gejumpt! Yo, Dome! Congratulations! Dome hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch! Beste Move, der war richtig, richtig geil. Die mach ich noch einmal leer und dann holen wir zu zweiter, Leute. Das ist auch eine finale Runde, Leute, finale Runde. Erster Platz oder nichts? Erst unter den Top 3, Leute, unter den Top 3. Los, Toad! Ey, wann muss man denn starten, also wann muss man denn starten, was weißt du nicht? Das ist Bauters Kessel, ne? Oh nein, ich muss wieder ein Trinken, Schätze. Schreib mal auf, ein, ein muss ich bislang trinken, Leute, ein muss ich bislang trinken. Ey, Junge, Bauter, chill mal, Brudi, chill mal. Okay, bist du zu auf, entspannt? Ey, ich bin hier wirklich rübergefahren, bin ich dumm? Bin wirklich dumm? Oh nein, wieder 6er Platz, ey. Das ist Runde 2 von 3, eieiei, viel Glück bei Mario Kart, ey, viel Glück dir, Bro. Also, aber wir spielen heute noch ganz entspannt, äh, wir spielen noch Yu-Gi-Oh, ne? Komm einfach nachher vorbei, oder guck dir ein bisschen entspannt, es wird mich freuen. Dann siehst du ja, wie es hier abgeht, ey. Fahr, Junge, fahr! Ey, das, du hast weggenommen aus 31er. What the fuck happened? Ey, ich seh schon, Leute, ich seh schon, alle wieder gegen mich. Alle wieder gegen mich. Sogar Bowser. Wer ist denn, äh, wer ist denn, wer ist denn, war, die Worte? Warte, ist einfach erster Platz. Go, go, fahr, Junge. Oh mein Gott, really? Ey, das ist Bullshit, Alter, das ist Bullshit. Nein, es wird einmal getroffen, Leute. Drei Schlücke gehen aufs Rufskippe. Letzter Platz auch noch. Die Strecke ist übel, die Strecke ist schwierig. Eieiei. Die Strecke ist übel, die Strecke ist übel. Die Strecke ist übel, die Strecke ist übel, die Strecke ist übel.